Es ist mal wieder Mittwoch und damit Zeit für Ihre DOZ-News. Seien Sie hierzu herzlich willkommen. Vorweg noch ein kleiner Gruß in die Landeshauptstadt. Das ist ein Reh. Und das ist ein Wildschwein. Und das ist ein Löwe. Meldeportal für Krähenschäden. Rabenvögel verursachen auch in Rheinland-Pfalz erhebliche Schäden in Obstbau und Landwirtschaft. Gegenmaßnahmen wie Verkrämung durch Schussapparate oder Vogelscheuchen führen meist nicht zum gewünschten Erfolg. Landwirtschaftsministerin Daniela Schmidt von der FDP hat angesichts der zunehmenden Populationen von Rabenvögeln ein schnelles gemeinsames Vorgehen angemahnt. Mit dem neuen elektronischen Meldeportal für Landwirte sollen Schadensmeldungen künftig schneller und einfacher erfasst werden. Ebenso das Verfahren bezüglich Abschussausnahmegenehmigungen. Beispielsweise sei die Bejagung der geschützten Saatkrähen nur mit einem OK der oberen Naturschutzbehörde möglich. Dafür müssten Landwirte und Obstbauern erst ein besonderes Schadereignis nachweisen, um eine solche Genehmigung zu erhalten. Dabei könnte das elektronische Meldeverfahren eine Unterstützung sein, so die Ministerin. Zu prüfen wäre ebenfalls, ob die aufwendige Einzelfallentscheidung durch eine Landesverordnung ersetzt werden könne, in der Ausnahmen künftig vorgesehen seien. Wolf schlägt zu. Im bayerischen Landkreis Eichstätt wurde ein Schaf gerissen. Bereits am Freitag waren die Überreste auf einer Wiese in Haunsfeld entdeckt worden. Ein Elektrozaun habe nichts gebracht, wie es weiter heißt. Nach Angaben des Schäfers seien seine Tiere bereits Ende der Woche aus dem umzäunten Bereich ausgebrochen und hätten apathisch gewirkt. Am Freitagabend entdeckte er dann die Überreste eines ehemals etwa 80 Kilogramm schweren Schafes. Da kaum etwas übrig blieb, liegt die Vermutung nahe, dass gleich mehrere Wölfe zugeschlagen haben. Gänse belagern Freibad. In Baden-Württemberg ist der Geschäftsführer eines Freibades wegen Tierquälerei entlassen worden. Seit Sommer 2022 sorgen Nilgänse als Dauergäste des Fellbacher F3-Bades für Unmut. Versuche, die Vögel mit Raubvogelattrappen und anderen Vergrämungsmaßnahmen an einer Wiederansiedlung zu hindern, schlugen fehl. Der Leiter des Freibadgeländes soll daraufhin eine Gans gefangen und schwer verletzt haben. Wie die Stadt mitteilt, musste sie später eingeschläfert werden. Es folgte eine Anzeige wegen Tierquälerei. Der Geschäftsführer soll die Vorwürfe in Teilen eingeräumt haben und wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Dann wurde es wild. Erst meldeten mehrere Zeitungen, dass die Gänse nun doch bejagt werden sollen. Dann der Rückzieher. Am Montag verkündete die Kreisverwaltung, dass Jäger mit Hunden dort eine neuerliche Vergrämungsaktion starten sollen. Na dann mal viel Erfolg. Nachts auf Rehwild, auch in Mecklenburg-Vorpommern, wird an einem neuen Jagdgesetz gebastelt. Auf einer Regionalkonferenz in Anklam wurde über den Entwurf diskutiert, der im September im Landtag zum ersten Mal beraten werden soll. Nach Vorstellung der wichtigsten Neuerungen im Gesetzesvorschlag des Landwirtschaftsministeriums durch den Vizepräsidenten des LJV, Dr. Henning Wetzel, habe es eine Diskussion mit Herz und Verstand gegeben, so berichtet der Nordkurier. Thematisiert worden seien unter anderem die geplante Aufhebung des Nachtjagdverbotes für Rehwild, welche bei den Jägern mehrheitlich auf Ablehnung gestoßen sei. Eine Pflichtmitgliedschaft in Hegegemeinschaften sowie die Befriedung von Solarparks. Bei der Jagd mit Pfeil und Bogen auf Nutrias sei man geteilter Meinung gewesen. Keine zwei Meinungen gibt es hierzu. Die neue DJZ ist ab heute bei ihrem Zeitschriftenhändler erhältlich. Was erwartet Sie an spannenden Themen? Einige Beispiele. DJZ-Jurist Dr. Heiko Kranzin hat beim Bundesjägertag in Fragen zum neuen Waffenrecht ordentlich mitgemischt und alles Wesentliche kritisch zu Papier gebracht. Die Firma Move Eco hat ein spezielles Lastendreirad für Jäger entwickelt, günstig und mit E-Antrieb. Wild braucht vor allem im Sommer Flüssigkeit, wie Wasser ins Revier kommt, verrät Wildmeister Werner Siebern. Zudem haben wir noch Schuhwerk für die leise Pirsch und den Nissan X-Trail e-Power getestet und und und. Die neue DJZ macht garantiert Lust auf mehr. Also Blatte einpacken und raus. Die Böcke springen im besten Fall den ganzen Tag. Ihnen hierbei spannende Erlebnisse und Weidmannsheil. Untertitelung des ZDF für funk, 2017